ich finde das ist eine ist eine schwierige sache und was ich was mir wichtig ist was glaube ich viele nicht verstanden haben dass mir dabei gar nicht so sehr um monte geht sondern um die problematik an sich ich gucke monte eigentlich nicht so richtig er konnte interessiert mich eigentlich in der regel nicht die sache ist aber und da muss ich dir einfach widersprechen du sagst dass unsere gesellschaft sich nicht verändert indem wir solche sachen ansprechen das kann ich nicht so ganz nachvollziehen weil habe ich kurz reinreden ja sicher ich habe ich sage nicht dass es nicht wichtig ist dass die sache angesprochen werden sondern ich habe gesagt und das sage ich jetzt extra noch mal dass die betroffenen von personen angesprochen werden die greifbar sind wenn ich jetzt zum beispiel mit dem problem habe ja dann trete ich das sagen wir einfach mal du du wärst jetzt monte in dem fall und du würdest jetzt das machen was monte gemacht hat dann würde ich mein telefon nehmen und sagen hey monte magst du vielleicht mit mir oder hey magst du mal ganz kurz die zeit nehmen ich würde gern mit dir über die situation reden weil ich denke da ist das ein oder andere probleme so was für mich ein problem ist dass jeder oder nicht jeder ich verallgemeine jetzt hersteller sondern jeder über dieses thema redet und einfach eine große welle nennen wir es einfach mal tsunami auf diese person einprasst so das heißt aber an der stelle dass diese person irgendwann auf scheuklappe stellt und sich das nicht mehr anhört da die allgemeinheit darüber redet so und jetzt mal spezifisch auf den fall monte warum das da nicht funktioniert weil dieser mensch mittlerweile entschuldigung monte ich kenne dich nicht aber sehr verblendet ist und das nur noch klicks sind und da wird dieses problem nicht behoben es wird nicht behoben dieses problem weil am ende des tages werden wir durch diese gespräche die wir jetzt gerade hier führen den eigentlichen kern des problems seine zuschauerschaft nicht erreicht ja soweit bin ich vollkommen bei dir tatsächlich der das problem was in deiner überlegung allerdings in meinen augen der fall es ist dass jemand wie du oder ich oder viele andere hier im chat sind sehr selbstreflektierte menschen leute die sich selber hinterfragen die kritisch mit solchen dingen umgehen die vielleicht auch das potenzial haben in so einer situation genauso zu reagieren wie du das sagst und das wäre auch der optimale fall dass dann jemand der das mitbekommt mal abgesehen davon dass die frau das höchstwahrscheinlich nicht mitbekommen hat und auch nicht ihr freund oder wie auch immer nicht die chance dadurch nicht die chance haben monte darauf anzusprechen und sagen hör mal her das war nicht so cool das macht man besser nicht wir würden sowas machen richtig jetzt ist aber das problem dass nicht alle menschen so sind wie wir und wenn wir davon ausgehen und ich weiß da gibt es bestimmt irgendwelche statistiken zu wie schlau die menschen in deutschland durchschnittlich so sind ich glaube dass der durchschnittliche bildungsgrad in deutschland immer weiter nach unten geht mit diesem durchschnittlichen bildungsgrad kommt geht eben ein her dass die leute eben immer sich dümmer verhalten schlicht und ergreifend und dass man solche sachen eben auch aufgrund des internets und der der dessen dem punkt dass wir uns mit solchen sachen anders auseinandersetzen als wir das vielleicht früher getan haben die leute posaun ihre meinung nur noch heraus leute erzählen irgendwelche sachen die keiner hören will das betrifft mich genauso wie dich du schreibst sachen die will keiner lesen ich schreibe noch mehr sachen die will gar keiner lesen muss ja nur mal kurz in den chat aber es war schon bescheid ich lese das gerne das ist halt überall im internet so okay pass aber auch nichts vormachen ich habe mal ich habe mal kurz eine frage ich möchte deine these noch mal aufgreifen denkst du dass in den 50er 60er 70er 80er 90er jahren dass die leute nicht so dumm waren wie heute oder so dumme sachen gemacht haben ich glaube dass die leute damals eine andere möglichkeit auf bildung hatten als das heute der fall sein könnte denkst du denn dass bildung dann unterschieden bist du warte mal wir ziehen wir haben also bist du auf dem land groß geworden nee nee okay ich bin auf dem land groß geworden ich bin mit zehn jahren simson gefahren by the way und habe davon was das ist aber klingt lustig ja das richtig ist klingt lustig ist dabei genauso dumm so und jetzt mal jetzt mal darauf hinaus ich bin auf einem feld groß geworden sage ich jetzt mal bei meinem großvater und zu der zeit wurden wurde auch schon frauen hinterher gefissen ich bin so aufgewachsen ich bin auf dem dorf aufgewachsen wo sowas auch passiert ist so ich kann dir sagen aus eigener erfahrung weil ich mich immer ich das klingt jetzt ein bisschen makaber aber ich habe mich immer mit menschen außen mit menschen umgeben die nicht unbedingt sehr sehr vom bildungsgrad und vom vom eigentlichen eigentum sehr hoch angesessen oder hoch angesehen waren ich nenne es mal einfach ohne das jetzt zu verurteilen mir fällt gerade kein besseres wort ein in der unterschicht bin ich groß geworden so und ich kann dir sagen aus eigener erfahrung in den 35 jahren die ich jetzt lebe es hat sich heute nur geändert dass menschen darüber reden und zwar das internet dass das internet da ist das hat sich geändert das hat nichts mit dem bildungsgrad der heutigen zeit zu tun oder sonstiges dergleichen den menschen waren grundsätzlich schon immer so wie sie sind nur dass wir es heute im internet sehen ich glaube du siehst da eine falsche skalierung in der sache ich weiß nicht wie ich das genau beschreiben soll ich natürlich ist das grundsätzlich so in deinem direkten umfeld wird das so sein und wenn du dich jetzt in einem anderen umfeld und in deiner eigenen deiner in der gleichen wahrnehmung die du hast und du dich woanders bewegst dann wirst du das wieder so wahrnehmen grundsätzlich ist es doch aber so dass das ist ja auch nicht von der hand zu weisen dass wir uns grundsätzlich in der gesellschaft immer weniger sinnvoll mit dingen beschäftigen aufgrund schlicht und ergreifend der tatsache die du selber schon angesprochen hast dass wir jeden tag auf so vielen plattformen und mit so vielen themen überflutet werden dass wir uns gar keine dass wir gar keine chance und gar keine wahl mehr haben uns auf tatsächlich die dinge zu konzentrieren die eigentlich eine relevanz für uns haben müssten oder sollten ja ja damit gehe ich d'accord jetzt ist die frage die ich vorhin schon gestellt habe für mich weiterhin bestehend wenn wir nicht wenn wir über sowas nicht reden oder wenn wir das runterspielen und sagen ja das war ja schon immer so dass das da der bauarbeiter monte irgendwelchen frauen auf dem bau hinterher gerufen hat natürlich war das schon immer so aber jetzt sollten wir uns an der stelle mal fragen war das früher okay nur weil das schon immer so war natürlich war es noch nie okay an der so und genau das der punkt und da ist das ist was ich meine man muss nicht darüber sprechen wenn man keine lust hat sich mit dem thema zu beschäftigen verstehe ich bin ich absolut bei dir ist auch kein ist ist kein content der spaß macht ganz klare sache aber wenn man darüber redet meiner ansicht nach muss man auch klare kante zeigen und sagen jungs ich will da jetzt niemanden verurteilen ist mir alles egal aber macht man nicht ist scheiße verstehst du den punkt den ich meine das verstehe ich absolut nur und jetzt kommt der der punkt den ich ja dabei anspreche das sagen wir jetzt einfach mal wie ich nehme dich als beispiel weil du hier bist du trägst das thema zu mich heran zu mir heran und ich sagte ganz klare kante weil man das von mir gewohnt ist finde ich nicht gut mit der zusätzlichen informationen ich kenne die ganze situation sondern das nur das was ich gesehen habe ich habe dieses bild nicht gesehen und kennen auch an der stelle die ansicht du hast vielleicht nichts verändert jetzt sage ich aber was anderes jetzt sage ich hier gucken 530 leute geradezu ja wenn von diesen 530 leuten am ende nur zwei oder drei sagen ich habe da neulich so eine frau auf der straße irgendwas hinterher gerufen wenn ich da jetzt so drüber nachdenke das war ganz schön uncool von mir richtig dann hast du in diesem fall bereits wird bewegt und dann hat das sinn gemacht dass du das gesagt hast das würde aber bei mir an der stelle wird das nicht der fall sein weil ich das schon seit jahren vor lebe ich lebe das seit jahren vorher weil ich bin nämlich ja ich verstehe ich verstehe was absolut was du meinst da bin ich auch auf bin ich voll bei dir ich verstehe was du meinst und ich stimme dir auch absolut zu aber was ist denn wenn von diesen 530 leuten die jetzt hier sind zwei oder drei nicht regelmäßig hier sind dann sind sie nicht regelmäßig hier aber dann ist es auch nicht meine aufgabe verstehst du nein auf keinen fall ist das deine aufgabe das habe ich auch nie gesagt und ich weiß auch dass das nicht deine art von content ist und dass du das nicht forcierst und dass du das auch nicht forcieren willst und das ist auch gut so weil mich das ist einer der gründe warum ich hier bin und nicht monte gucke also ich verstehe ich verstehe deinen punkt und die ich nehme meine funktion als vorbild ja auch wahr möchte ich ja sagen würde ich mal sagen ich mache das schon ganz gut an der stelle möchte ich aber anmerken dass das also dieser moment gerade dass die aufklärung der gesellschaft nicht meine aufgabe ist und nicht mündlich also nicht nicht mündlich ist das nicht meine aufgabe meine zuschauer zu belehren was sie machen sollen oder was nicht machen an der stelle was meine aufgabe ist und die aufgabe habe ich verstanden und die aufgabe nehme ich auch schon seit jahren war ist es das was ich beeinflussen kann das möchte ich behandeln weil nämlich ich an der stelle das vorbild sein so und ich sag mal so ich habe oft genug also mit leslie auch menschen da die mich umgeben also auch von weiblichen geschlecht oder auch männlichen geschlecht die ich versuche im stream also nicht nur versuche sondern das auch mache weil das für mich manieren sind sie vernünftig zu behandeln und da grätschig auch rein ich habe mal eine sehr lange diskussion darüber mit mit zayuri gehabt und hat zayuri zum beispiel gesagt da ging es um irgendwelche tweets wo menschen wo sie halt über ihre situation redet was sie betrifft auch mit untersexuelle belästigung und ich habe gesagt ich würde mich dort nicht einmischen und die an der stelle nicht beipflicht weil ich persönlich habe mich dazu entschieden und das war meine entscheidung ich möchte mit guten taten vorausgehen ich möchte das einfach in in taten vorleben und nicht in geredeten worten weil am ende ist es nämlich wasser predigen und wein saufen so wenn ich mich jetzt hier hinsetze und ich beurteile die situation und ich rede darüber was monte gemacht hat und habe nicht mal die chance mit dem menschen darüber zu reden dann verurteile ich diesen menschen öffentlich schon ohne ihm die möglichkeit zu geben was er dazu sagen möchte und das ist für mich zum beispiel ein großes problem ich verstehe deinen ansatzpunkt dass wir über dinge reden müssen und dass wir auch dadurch die gesellschaft verändern müssen an der stelle möchtest du aber einen auf augenhöhe geführten dialog haben um dinge zu verbessern wenn wir beide deswegen biete ich dir das auch so oft an weil wir haben ja schon oft auch unsere differenzen deswegen biete ich dir das an dass du mit mir gerne einen dialog führen kannst weil das bringt mehr als wenn ich irgendwem was vor sei und wenn ich die zwei drei leute die hier zugeguckt haben erreicht habe und sie wissen einfach nur dass diese situation kacke ist dann wissen sie aber immer noch nicht warum die situation kacke ist und wenn ich jetzt kurz nochmal an der stelle xapex nehme das ist ja auch heutzutage ein sehr eine sehr gängige sache zum beispiel irgendwelche paragrafen außen aus unseren gesetzen zu zitieren das ist halt so eine vorstellung die stimmt halt nicht da kling ich mich halt zum beispiel ein und da sage ich auch maga diese die kannst du so viel zitieren wie du willst das hat mit der realen welt nichts zu tun das hat mit der realen welt nichts zu tun deswegen ist ja auch der sinn und zweck darüber nicht zu richten und hier wird an der stelle wird sehr oft auch auf situationen bezogen wird gerichtet über die person aber wir sind nicht die richter sind wir nicht und wir sind an der stelle die einzigen die wir sein könnten wären die kläger aber selbst da nehmen maßen wir uns selber an über dinge zu klagen die uns gar nicht betreffen so nehmen wir jetzt einfach mal nur die situation nur bis rein fiktiv habe ich kurz du sagst wir sind nicht die richter in diesem fall das ist das ist korrekt wir 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 entscheiden nicht vor gericht darüber ob wer da im recht ist und wenn ich und wir entscheiden auch nicht darüber ob das eine straftat ist oder nicht aber der punkt ist doch eigentlich es ist scheißegal ob das eine straftat ist oder nicht richtig es ist einfach es ist einfach scheiße sich so zu verhalten das guck mal jetzt pass mal auf jetzt lege ich dir mal die andere seite da und dafür werden mich ganz viele leute wahrscheinlich nicht mögen was ist denn wenn die frau das gar nicht so scheiße fand was und was was machen wir jetzt sagen wir einfach mal sie heißt jutta sagen wir einfach mal jutta findet das gar nicht so scheiße und fühlt sich dadurch beflügelt weil dort ein ich nenne es mal ein sehr einfacher mann zu ihr sagt komm mal runter ficki ficki was machst du dann dann hast du nämlich richtig nicht scheiße gelassen dann ist das juttas entscheidungen die kann sie so treffen wie sie möchte das ist vollkommen okay und ehrlich gesagt wenn es ist ja scheinbar so gewesen dass die gute jutta da oben gestanden hat und sich von irgendjemandem hat ablichten lassen deswegen ist es auch wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch dass jutta nichts dagegen hätte wenn klein monte da unten mit seinem vorschlagkammer ein paar fotos von ihr schießt richtig das ist überhaupt kein problem aber du richtest aber das ist nicht ja das ist aber doch 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 genau das ist der punkt genau das ist der punkt dass diese situation genommen werden und sie als exemplar beispiel als exemplar beispiel dargelegt werden und leute darüber anfangen zu richten und das steht ihr nicht zu den dialog trotzdem zu suchen über über so eine thematik zu reden das zum beispiel wäre wieder was ganz anderes spezifisch bezogen auf dieses beispiel ist das einfach nur richten über das problem und das steht ihr nicht zu weder zu klagen noch zu richten den dialog zu suchen um diese thematik zu besprechen das ist was anderes ja aber denjenigen der jetzt da ist den monte ne spezifisch diese situation zu nehmen und auf monte und das läuft ja komischerweise auf monte dann wieder zurück weil er hat es ja gemacht fängst du an über diese person zu richten ich glaube das kam das kam nicht so genau und nicht klar genug von mir rüber es geht mir dabei gar nicht so sehr um monte und gar nicht so sehr um explizit diese situation das ist ein beispiel das was ich vorhin schon geschrieben habe musste an der stelle ist ein beispiel für unsere gesellschaft und wenn wir hier darüber reden oder wenn irgendjemand irgendwo im internet darüber redet dann ist das doch in dem fall nicht nur eine kritik an monte sondern in erster und meiner ansicht nach in viel wichtiger und vorgründigere manier und linie dass wir unsere gesellschaft was das angeht hinterfragen du hast gesagt diese dieses komische video wie ist das frauen frauen ich glaube frauenwelten hieße genau frauenwelten das ist doch sehr ein sehr ähnliches prinzip gewesen das ist eine problematik die wir alle die wir alle die wir schon mal auf twitter waren kennen richtig jeder der irgendeiner weiblichen person auf twitter folgt der hat pro tag mindestens zwei oder drei screenshots von irgendwelchen ausschnitten wo irgendwer per dm sexuell belästigt wird genau und trotzdem reden wir nicht mehr darüber richtig das ist kein problem unserer bubble kein problem des internets das ist ein problem unserer gesellschaft das können wir können wir wir können das uns drehen und wenden wie wir wollen das problem liegt nicht daran dass die leute anonym im internet sind auch natürlich es macht das ganze einfacher aber der grund das grundproblem die grundpfeiler auf diesen auf denen das basiert sind doch die tatsache dass wir vor 20 30 jahren oder auch vor schon davor ist okay gefunden haben wenn manfred mit dem schraubenzieher in der hand vom bau runter ruft das ist nicht okay und da müssen wir müssen wir festhalten dass das nicht okay ist na klar deswegen aber wenn der manfred von nebenan ruft dass der marmeladenbrötchen möchte von der netten nachbarin dann müssen wir mit manfred darüber reden und wenn wir nicht mit manfred darüber reden können weil wir manfred gar nicht kennen dann müssen wir wieder vorhin schon gesagt hast in unserem freundeskreis darüber reden und wenn wir in unserem freundeskreis wissen dass die leute das genauso sehen dann können wir doch mal aus unserer bubble raus und mit menschen darüber reden die das anders sehen das habe ich doch gerade eben das habe ich ich sage doch nichts anderes aber das ist doch nicht hier verstehst du das ist doch hier nicht das ist doch genau das was ich sage ich auf dich habe ich einfluss wenn du so eine scheiße machst dann rufe ich dich an und sage ja es tut mir leid das geht so nicht oder wenn ich jetzt von koseber mitkriege dass koseber das macht dann rede ich mit koseber darüber aber ich urteile doch nicht über denjenigen menschen der da diesen quatsch gemacht haben verstehst du was ich meine ich richte nicht über die person und wenn ich jemanden aufklären möchte dann mache ich das von augen angesicht zu angesicht und das ist doch das problem wovon ich gerade rede und das auch ein großes problem ist in unserer in unserer mittlerweile heutigen zeit weil du so ein verfickt noch mal großen informations überfluss hast dass die leute scheuklappen tragen und das nicht mehr hören wollen und das ist der großteil weil der großteil hat nämlich abgefuckte probleme in seinem leben seine scheiß biete zu bezahlen und fressen zu kriegen dass er sich in seiner freizeit nicht mehr damit beschäftigen möchte mit solchen themen wie frauen dann zum beispiel behandelt werden und das sind themen die kannst du besprechen wenn du von auch auf augenhöhe bist und nicht mit denen indem du leute damit bombardierst was andere menschen für meinung haben und das ist das das ist das was heute passiert leute werden ja natürlich aber sind solche situationen nicht genau die situation in denen wir dann die chance und die möglichkeit dazu bekommen darüber zu reden und vielleicht ein fußabdruck zu hinterlassen ja natürlich das ist doch das was ich das ist doch die ganze zeit was ich sagen mit den menschen auf die du die möglichkeit als einfluss zu nehmen auf augenhöhe aber bei denen solltest du das machen und das ist das was du aus so einem video mit rausnehmen sollst und nicht was ich davon für eine meinung habe meine meinung spielt überhaupt ein scheißdreck für alle leute die mir zugucken das interessiert keine saujags ja das ist aber leider nicht wahr doch das ist wahr im endeffekt im endeffekt ist ist das wahrscheinlich richtig was du sagst aber trotzdem ist es falsch bei die leute du bist du bist eine persönlichkeit der die leute die leute vertrauen dir die leute wissen du machst keine scheiße die leute wissen du behandelst eine frau nicht so wenn du jetzt dir so ein video anguckt und am ende des videos dann zugegeben ohne alle hintergründe zu kennen sagst ach der macht ja nur spaß ist ja nur sein humor dann geht das ganz schön daneben war ja du kannst heute nichts sagen ohne dass was daneben geht nein ja natürlich geht das ist und das ist das wird solchen leuten wie monte die nicht die chance haben da länger drüber nachzudenken weil er eben nur mal ein baumarbeiter junge ist der sich ein marmeladenbrot wünscht ja der denkt da nicht lange drüber nach der macht hat einfach und warum weil das in unserer gesellschaft schon immer so war aber nur weil das in unserer gesellschaft schon immer so war heißt das nicht dass wir nicht darüber reden sollte das hat doch keine wir sollten wir sollten auch in streams darüber reden ob das jetzt bei dir der fall ist oder nicht ist erstmal außen vor wenn du nicht darüber reden willst das vollkommen in ordnung aber der punkt ist man kann darüber man kann darüber sagen was man möchte man kann auch man kann sich auch vormachen dass die frau das vielleicht wollte oder nicht was heißt denn vorwachen das sind Thesen da können weder ich noch du wissen wie es war richtig und so sehe ich das so sehe betrachte ich alle Situationen Jax ja aber jetzt die ganzen also Nils die ganzen 13 bis 16 jährigen oder von mir aus noch jünger ich habe auf diese menschen keinen einfluss nein natürlich nicht aber monta hat einfluss darauf ja richtig aber dann sollte doch mit monta jemand darüber reden und nicht mit mir ich mache die scheiße doch gar nicht aber es ist mir doch klar naja warum muss ich denn über dieses thema reden meinst du denn monta redet da mit irgendjemandem drüber ja wahrscheinlich mit stay ja vielleicht das hoffe ich zumindest ja wenn wir glück haben richtig aber was ändert das dass wir über diese themen reden außer dass menschen hier überdrüssig werden von den thematiken aber wenn ich sage ich ernähre mich vegetarisch wie viele leute sagen dass die gerne den salat austauschen wollen gegen den schnitzel weißt du warum weil die gar kein pop die haben gar keinen bock mehr die haben gar keine lust mehr darüber zu reden und ich mache das anders ich nehme nicht jeden fick aus dem internet und rede darüber in meinem stream weil das auch hier nicht jeden interessiert weil ich lebe das einfach vor ich lebe das vor weil das ändert dinge das ist meine vorbildsfunktion meine vorbildsfunktion ist das ja das ist doch vollkommen okay und da habe ich auch schon ganz so eingegangen ich war worüber reden wir eigentlich ja das frage ich nicht die ganze zeit ja ich bin weg tschüss chat ich verstehe das nicht warum man immer von den den influenzern und und von nicht content creators immer irgendeine meinung haben haben will ja das stimmt das ist im endeffekt ist das irrelevant weil alle unsere meinungen letztlich irrelevant sind weil wir eben in diesem kollektiv das sich gesellschaft nennt leben mein einfluss mein einfluss ich sag's dir noch mal ich erkläre das noch mal ganz in ruhe mein einfluss den ich habe lebe ich vor denn ich predige nicht wasser und saufe wein ich lebe so wie ich lebe wenn ich einen fehler mache und man spricht mich darauf an dann reflektiere ich den punkt aber dann hat man mich angesprochen wir nehmen einfach mal als beispiel wir sind mit einem auto zu herren tag durch eine durchgezogene linie vor eine kurve gefahren mit 150 auf landstraßen haben drei autos überholt das wurde mir gesagt in dem punkt ich habe es in meinem stream gemacht ich habe es in meinem stream gemacht und ich habe an derzeit in dem moment nichts darüber gesagt mich wurde darauf angesprochen und mir wurde gesagt du mag das geht nicht und das ist richtig das ist absolut richtig dann reflektiere ich das problem wurde mit mir geklärt mit mir und darauf habe ich persönlich guten einfluss genommen auf andere menschen ob ich jetzt hier sage dass das geil ist oder nicht dass monte jemand hinterher gefiffen hat und foto gemacht hat alter dadurch ändert sich hier gar nichts dadurch ändert sich auch draußen in der welt nichts und wir sind auch keine 13 oder 14 jährigen bei denen das irgendetwas ändern das sind alles punkte in denen ich habe ich dir schon zugestimmt das ist tatsächlich auch der fall wenn man und wenn man da nicht drüber reden möchte dann ist das auch so es hat nichts damit auch eigentlich nichts darüber zu reden warte es hat ja nee nee warte kurz es hat nichts damit zu tun dass ich darüber nicht reden möchte das ist absolut nicht richtig weil über themen die mich betreffen da rede ich auch drüber ja aber an der stelle habe ich mir abgewöhnt über jemanden zu richten und ich richte nicht über diese situation und von mir kriegst du nicht rausgepresst dass ich sage monte ist ein hurensohn weil er jetzt ein foto von der frau gemacht hat mon katos ja mon katos ist mir egal monte wird das schon verstehen das ist nicht meine aufgabe über jemanden zu richten ist es nicht und es ist auch nicht meine aufgabe in diese situation in der ich überhaupt gar nicht war zu zu einzuschätzen weil genau das ist ein problem zum beispiel von dieser ganzen reaction scheiße da wird auf irgendetwas reaktet und jeder will von irgendetwas eine meinung haben aber du steckst nicht in der situation und ich muss nicht sagen dass das scheiße ich muss das nicht sagen ich muss meine community nicht sagen dass das dumm ist muss ich nicht weißt du auch warum nicht weil ich vertrauen habe in die menschen die hier drin sind die mir lange genug zugucken dass sie wissen mon katos das ist kacke das muss ich nicht sagen muss ich nicht weil ich das vorlebe verstehst du ich habe ich verstehe deinen punkt absoluten jetzt du hast ja auch nicht du hast ja nicht unrecht mit dem was du sagst ich habe für mich selber irgendwann entschlossen wenn ich meinen stream mache ich nehme meine vorbildfunktion war und ich lebe die aus ich möchte nicht reden ich möchte darüber nicht reden und das ist auch wie gesagt ich will das einfach mal das ist das will ich nicht tun ich möchte mein content machen so wie ich mein content mache und mein content besteht nicht darüber darin zu richten über andere menschen sie zu canceln und noch mehr druck aufzubauen weil dieser druck der druck führt dazu dass menschen sich verschließen und diesen menschen jetzt am besten nehmen wir monte nimmt sich so viel scheiße raus und macht so viel kacke der hat scheuklappen auf den interessiert das ein feuchten kehrig was wir darüber sagen und damit werden wir niemals eine änderung hervorrufen sondern du hast die möglichkeit etwas zu verändern bei den menschen mit denen du dich auf augenhöhe unterhalten kannst und an die du herantreten kannst so wie wir beide unterhalten das wäre der richtige dialog den wir führen müssen mit monte und nicht wenn du mit irgendwelchen chatzeilen mit 0 und 1 mit irgendwelchen leuten aus dem internet weil das ändert das ist ja genau mein punkt von von zuvor dass wir wir können wir beide wir können über solche themen reden wir können mal kurz uns beim ladenbrot schmieren und dann ist alles wieder gut richtig die sache ist das funktioniert aber nicht zwischen jedem das ist halt das funktioniert halt zwischen leuten die wie ich das ganz zu anfang gesagt habe die einen gewissen grad der eigenen selbstreflexion haben und so weiter dann geht das dann kann man solche gespräche führen und dann kommt man irgendwann auch höchstwahrscheinlich auf einen nennen die sache ist und monte jetzt mal außen vor wird das habe ich ja ganz zu anfang gesagt mir geht es gar nicht um monte es geht mir mehr um den punkt generell wie behalten wir uns als gesellschaft gegenüber in dem fall frauen oder auch gegenüber dem dem eigentlich nur dem normalen menschen verstand weil jedem normalerweise sollte klar sein dass wenn eine frau irgendwo halbnackt rumläuft wo ich sie sehen kann dass ich nicht dahin gehe und fotos mache und dann irgendwelche sprüche hinterher rufe das sollte uns allen klar sein das ist genauso das ist dieses dieses normale und übliche verständnis von richtig und falsch viele menschen haben das aber ganz viele menschen haben das auch nicht und das sieht man teilweise hier im chat das sieht man überall anders auch im internet dass es immer wieder leute gibt die sagen ja ist doch nicht so schlimm doch es ist so schlimm und wir müssen nicht darüber reden es ist auch wie gesagt es ist kein monte problem es ist ein gesellschaftliches problem es ist eine frage von und die wir uns selber stellen müssen wollen wir unsere gesellschaft so wie sie ist einfach beeinflussen oder wollen wir sie so lassen wie sie ist und überall auf der welt passieren ja aktuelle sachen ich will jetzt hier keinen kein word about ism beschreiben und auch keine schlagworte in die welt rufen aber es gibt ja aktuell nicht nur ist diese frau und sache ist ein problem dann black lives matters ist ein problem das ist ein gesellschaftliches riesiges problem dann gibt es hier diese diese polizeigewalt sache dann gibt es rassismus das ist alles themen über die wir kurz reden und die wir dann wieder hinten überfallen lassen und das ist das was ich wo ich dir am meisten zustimmen muss ist dass wir mit solchen sachen einfach aktuell überflutet werden und dass wir wenn wir über all diese sachen versuchen gleichzeitig zu reden dann haben wir keine chance jemals bei auch nur einer dieser sachen auf einen nenner zu kommen weil man schlicht und ergreifend nicht über all diese sachen gleichzeitig reden kann also diese ich verstehe deine haltung dass wir nicht darüber reden müssen und dass das dass deine meinung zu dem thema nicht relevant ist aber wenn alle schlauen leute alle klugen köpfe in deutschland ich denken habe meine meinung dazu interessiert ja keinen und wir brauchen da nicht drüber reden wenn alle leute das denken und es gibt nur noch streamer wie monte die das vorleben und nicht nur vor leben wie wie man es falsch macht sondern das auch noch zelebrieren denn auf eine art und weise wie soll sich unsere gesellschaft dann verbessern oder verändern wenn wir wenn wir nicht darüber reden für die anderen 90 prozent die es nicht machen denn es ist ja nicht jeder monte und auch bei monte aber 95 prozent der leute auf dieser plattform hier gucken monte das ist vielleicht eine gewagte these aber du kannst auch den leuten nicht vorwerfen dass sie du kannst den leuten nicht vorwerfen dass sie so sind ich habe zum beispiel auch ganz viele monte zuschauer hier die sich dementsprechend nicht verhalten und ganz ehrlich dass auch das möchte ich mal sagen war in der vergangenheit nicht anders da hieß das nur rtl ja natürlich und auch da bin ich auch und auch natürlich war das nicht anders auch in dem plattenbau in dem ich aufgewachsen bin auch da hat sich das nicht geändert und auch da gab es schon denjenigen der mit den menschen geredet hat und das versucht hat irgendwie auf die richtige bahn zu bringen aber das ist doch völlig das doch selbstverständlich natürlich war das schon immer so und jetzt warte jetzt will ich jetzt bin auch dazu ja doch einen wichtigen punkt und zwar wir haben von 39 bis 45 war hier rassismus der der ton der angegeben war das war normal jeder war so jeder und die die nicht so fahren wir haben so getan als wenn sie so wären einfach um so zu sein heute ist das nicht mehr so das heißt irgendwann ist doch was passiert wo wir gesagt haben nee das ist scheiße wir müssen das jetzt ändern und das ist doch ist das nicht also verstehst du den bogen ja ich verstehe die bogen natürlich ist feminismus und frauenfeindlichkeit und rassismus sind unterschiedliche sachen und das eine ist vielleicht schlimmer als das andere aber das heißt nicht dass das nicht trotzdem scheiße ist dass wir nicht trotzdem darüber reden sollten dass wir nicht versuchen müssten das zu ändern und zwar jeder bei uns selber auch ich bei mir ich bin ich sehe das wie du ich versuche auch mein leben so zu leben dass ich ein vorbild bin für andere leute die sich das angucken dass ich nicht auf der straße um rennen und sage hier hör mal schnecke wie wärs bist du schon belegt aber trotzdem wenn ich reflektiere du und mir mein leben angucke dann weiß ich dass ich in der vergangenheit auch schon scheiße gemacht habe natürlich wir mal etwas war scheiße die nicht in ordnung war natürlich haben wir das alle gemacht so an der stelle möchte ich aber kurz mal eingreifen wer entscheidet denn was richtig oder falsch wer entscheidet dass du konnte das ist doch aber eine relativ einfache relativ einfach doch das ist super simpel ist für dich jemanden umzubringen ist für dich okay das ist ein ganz anderer schnack mein freund das ist ein ganz das ist ein ganz anderer schnack mein freund wer entscheidet ob das richtig oder falsch ist was du da gesehen wer entscheidet das vielleicht stellen die mal die frage wer entscheidet das ob das richtig oder falsch ist du das muss letztlich jeder für sich selber entscheiden richtig jeder muss das für sich selber entscheiden ab das ist der punkt jeder muss das für sich selber entscheiden an der stelle wenn du jetzt wenn du jetzt an der stelle kannst du jetzt alle bonte zuschauer verurteilen und sagen puh da habt ihr jetzt aber richtig eine scheiße gegriffen weil das ist aber falsch sagst du aber nennen du redest sich gerade du ich redest mir geradezu ich gerade mein argument doch nein weil die leute die leute die monte gucken das ist ich nehme das mal als den durchschnitt unserer gesellschaft das problem ist doch so wie du hast ich weiß genau worauf hinaus willst weil du sagst ein großteil von dem die leute die monte gucken sagen das ist okay das ist für mich richtig das kann man ruhig schon mal so machen die können da nichts dafür die sagen die ich sage nicht dass die weil die richtig und falsch an der stelle anders bewerten als ich dass sie deswegen falsch liegen ich sage nur dass den vielleicht oder höchstwahrscheinlich die entsprechende selbstreflexion fehlt um das tatsächlich beurteilen zu können an der stelle wie gesagt wer entscheidet ob das richtig ist oder falsch diese werte von denen du gerade sprichst sind vielleicht noch gar nicht in der gesellschaftsschicht angekommen so und dann jetzt kommen wir wieder zu dem punkt wo aufklärung super wichtig aber aufgrund der heutigen zeit 2020 und im internet betreiben wir keine aufklärung mehr und auch keine reflektion oder animieren menschen zu reflektieren sondern wir drängen menschen in eine ecke wie du schon festgestellt hast während wir jeden jeden tag oder jede woche sagen wir mal jeden monat bombardiert mit irgendwelchen themen worüber wir uns nicht mal längerfristig gedanken machen auch hier zum beispiel wir reden heute darüber und morgen ist es vorbei so und an der stelle sind wir nicht mehr sind wir nicht mehr da als als aufklärende person und sorgen nicht dafür dass wir uns als gesellschaft weiterentwickeln sondern das bringt leider gottes immer nur also meiner ansicht nach bringt das nur dass menschen sich nicht weiterentwickeln und sie werden auch sich nicht weiterentwickeln weil sie es leid sind sich den ganzen scheiß reinzuziehen denn genau aus solchen gründen funktioniert ja solcher solcher content schon sehr gut und er hat auch bei rtl schon sehr gut funktionieren menschen fühlen sich an der stelle besser wo die das leid anderer sehen so und das war schon immer so und das treibt auch die tv zahlen immer noch nach oben aber an der stelle und das ist eben genau das was ich versuche dir klar zu machen ist dieses an den pranger stellen und zu urteilen ob dinge richtig oder falsch sind und darüber menschen zu zwingen menschen darüber 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 menschen zu zwingen darüber zu reden ist der falsche ansatz denn du für dich als als einzelnes individuum und genau das sind wir wir können uns nicht als die gesellschaft betrachten doch können wir schon aber du wirst dein einfluss den du hast kannst du selber nutzen indem du gespräche führst mit menschen die in deinem umfeld sind und das hier entschuldige bitte und das tut mir leid dass ich das gerade so sagen muss aber das ist nicht mein einflussbereich ich habe mich ich habe mich dazu entschlossen meinen einflussbereich der jetzt sag ich mal dieser hier ist sobald die funktion wird mir zugeschrieben so zu nutzen wie ich denke dass er richtig ist um das menschen vorzunehmen an der stelle so wenn du mir jetzt zum beispiel wenn wenn ich das thema angehen möchte was du mir jetzt nicht du aber irgendwer hat mir das jetzt gerade zugeschustert dann ist es nicht meine aufgabe darüber zu urteilen was dort passiert ist sondern ich würde zum beispiel mal aufklärung betreiben und würde mir mal einfach eine halbe stunde nehmen und wir gehen mal so ein bisschen durch instagram durch und dann gucken wir uns das mal so ein bisschen an dann gucken wir uns noch mal ein paar deutsche blogger und youtuber an und dann würden wir vielleicht mal darüber reden im allgemeinen gesprochen warum wir denn solche ansichten haben und warum eigentlich heute noch nicht anders ist als damals nur dass wir mehr medien haben uns darüber zu unterhalten und ich möchte extra noch mal sagen es heißt nicht dass das damals gut war aber das richten was wir heute haben von von menschen die in der öffentlichkeit stehen oder das was leute gesagt haben das ist nicht unterhalten auf augenhöhe und das wird sich dann auch leider nicht ändern jetzt und genau deswegen bin ich davon kein großer fan und genau deswegen schätze ich solche situationen die mir beigetragen werden auf dem bildschirm schätze ich nicht ein weil ich habe mich mit demjenigen nicht unterhalten ich habe drei sätze gehört ihrem affekt dort gemacht hat was nicht heißen soll dass ich das nicht für gut heiße was er da tut also dass ich das gut heiße was er da gemacht hat aber ich schätze situation mittlerweile etwas mehr von außen und reflektierter ein als das was mir vorgetragen und genau an der stelle möchte ich extra dann noch mal darauf hinweisen dass meine meinung zu diesem thema absolut irrelevant ist auf diese situation bezogen auf diese situation bezogen ist das völlig scheiß egal was ich dazu zu sagen so und aber hier in der jetzigen zeit wird mir das aufgezwungen mir wird mir wird jeden tag also ich jetzt übertreibe ich ein bisschen mir wird jeden tag irgendwas auf bezogen hast du das schon gehört wie ist deine meinung dazu was ist dazu was dazu wird jetzt am ende des tages kann ich dir was auf es hat themen darüber kann ich fundiert reden und habe eine fundierte meinung sei es rassismus sei es mittlerweile bisschen autos sei strom und vielleicht auch ein bisschen was mit frauen vielleicht ein bisschen alles andere wenn mich jetzt jemand fragt was helfen von kernfusionen was soll ich dazu sagen was soll ich zu dieser situation sagen mir wird ein video gegeben was zusammengeschnitten wurde ich kenne nicht mal das bild was da geschossen wurde warum soll ich dafür warum war was soll ich dazu sagen ich kann diese situation nicht ein ein also ich kann das nicht einschätzen und ich kann mir darüber kein urteil erlauben weil an der stelle kann ich nämlich richtig hart in die scheiße greifen so wenn ich dir jetzt sage das video was du mir gegeben hast oder nicht du sondern refunix gegeben hat ich sehe da nur einen ganz kleinen fleck von frau auf dem bild ja was soll ich dazu sagen das war bestimmt nur spaß weil ich kann darauf nichts erkennen ich kann dort diese diesen mutwilligen diesen mutwilligen zweck der spannerei oder was auch immer monte da vorgeworfen wird kann ich nicht sehen weil mir dieses bild auf der kamera nicht zugetragen wurde wie soll ich mir denn darüber eine meinung bilden wie soll ich das vernünftig einem zuschauer vermitteln was dort passiert ist verstehst du was ich meine und das würde ich verstehe absolut was du meinst das wird mir auch die vor im vorfeld schon gesagt dass ich das das unterschreiben kann das wird mir auch was ich verstehe auch was du meinst wenn du sagst dass deine dass deine meinung dazu kein 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 eigentlich keine relevanz hat dass das stimmt alles in allem da gebe ich dir auch alles in einem recht weil letztlich ist jeder streamer der stream ist letztlich auch nur irgend so ein typ der von den großen dingen der welt vielleicht nicht so viel ahnung hat einfach nur eine person die irgendwas in ihrem stream erzählt richtig aber das wort die jobbeschreibung influencer kommt ja nicht von irgendwoher ich bin kein influencer maga du möchtest keiner sein aber ich bin ich bin kein nein ich bin kein influencer ich bin einfach das mich so influenced dass ich unbedingt diese mütze haben will es tut mir leid ich bin kein influencer und auch das an der stelle möchte ich nicht dass jemand sagt dass ich ein influencer bin wenn ich ein influencer wäre dann würden leute das kaufen was ich ihnen ständig sage dass sie es kaufen sollen über irgendwelche reflinks das passiert aber nicht ich bin einfach nur ein ganz normaler oder dass du kein besonders guter im franzer bis vielleicht ja richtig mag sein ich bin content creator ich mache content mehr nicht so und an der stelle finde ich es einfach mittlerweile schwierig dass das jedem aufgedrückt wird das ist ihr könnt gerne zu stay gehen ihr könnt gerne zu karl gehen das ist deren content die ziehen sich das den ganzen tag von morgens bis abends rein wenn ich hier vor der schüssel sitze dann gucke ich mir vielleicht mal drei videos an nach ein bisschen und fahr dann auto rennen ich bin nicht der typ der über sowas richtet und überhaupt nicht der typ der über sowas redet weil ich das lebe und das ist meine influence die ich habe wenn wir den influencer nehmen wollen das ist das was ich habe und das ist das was ich kann ich kann nicht da sitzen mir drei schnipsel angucken und euch wunder was erzählen was da scheiße dran ist das ist alles richtig und vielleicht missbraucht man da den den begriff eines influenza ja es menschen werden aber ich sage ich dir mal was du sagst du setzt sich ja hier hin und sagst du erzählst den leuten nichts darüber weil du dich hier hinsetzt jeden tag vorliebst wie man sich verhalten sollte und das ist vollkommen in ordnung so und das ist wahrscheinlich sogar das beste was man in dieser sache machen kann richtig und dadurch zu einem zu einem ordentlichen vorbild wird ich habe wenn ja nicht machst du warte aber einfach nur aufgrund der tatsache dass du das über dich selber sagt beeinflusst du doch automatisch die leute in deinem chat auch wenn du wenn das vielleicht nicht deine intention ist aber durch das vorleben und durch durch das besser sein als andere vielleicht erwarten oder wie auch immer beeinflusst du doch die leute in deinem chat richtig die leute die leute die das sehen die sagen dann hör mal mag er das aber ein geiler typ vielleicht sollte ich mal ein bisschen reinballern und so werden wie dizzy aber an der stelle muss ich mir das aber auch selber aussuchen können verstehst du und das ist nämlich auch der nächste punkt man kann sich das nicht aussuchen man kann sich ja guck mal wenn ich jetzt es ist egal was ich also terrorwurm zum beispiel der kontext zählt es ist egal welches bild das ist ich sehe die situation anders ich sehe das weder pro ich sehe das weder pro frau noch sehe ich das pro monte ich sehe es neutraler reflektierter und mit abstand mit vielen mehr punkten die da drin stecken und an der stelle egal wie du diese themen ansprichst es wird an der du ganz ehrlich wenn du jetzt das das gespräch rausfiltert kommt am ende raus diese ist ein frauenhasser weil diese hat nicht gleich gesagt dass das scheiße ich sehe die situation einfach ab ganz ganz anders als andere leute und genau deswegen möchte ich gar nicht darüber urteilen weil es mir nicht zusteht und ich bin aber auch keine influence ich bin einfach nur ein ganz normaler dude der redet aber wenn uns nicht zusteht über solche dinge zu reden wo ist denn dann die berechtigung oder die die berechtigung für die existenz all dieser leute die im internet arbeiten ob auf unterhaltung ob auf instagram unterhaltung aber die mal natürlich ist das unterhaltung aber das kommt doch auch mit einer gewissen verantwortung einher natürlich kommt das willst du mir jetzt sagen dass ich die verantwortung nicht übernehme weil ich darüber nicht sein du auf jeden fall aber andere nicht naja dann ist doch doch aber nicht meine aufgabe dass ich darüber rede ich kann doch nicht mit monte darüber reden habe ich auch gar nicht behauptet das ist eine aufgabe ich sag's doch noch mal wenn mir das auf meiner straße passiert währenddessen ich da bin währenddessen ich da bin dann nehme ich darauf einfluss wenn ich diesen menschen kenne und mit ihm ich wiederhole und das ist der allerwichtigste punkt in fucking 2020 wenn du auf augenhöhe kommunizieren kann auf augenhöhe dann solltest du das tun nicht mal hier kann ich auf augenhöhe mit irgendwem kommunizieren weil ich nicht jedem die chance geben kann ins discord zu kommen und darüber zu reden ergo liebe ich menschen das vor und an der stelle und genau deswegen und ich sage es extra noch mal und das ist vielleicht der 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 abschließende satz meiner seite ich möchte über diese dinge nicht über diese dinge nicht richten weil ich diese dinge nicht einschätzen kann weil zusammenschnitte fetzen kontextloser mist was oft kontextloser mist ist an der stelle darüber kann ich nicht richten und möchte nicht urteilen und nur weil jetzt ein influenza ein foto von von irgendwas gemacht hat was ich nicht mal gesehen hat was ich nicht gesehen habe kann ich nicht urteilen und ich kann nicht sagen dass das kacke ist weil ich nicht weiß ob jutta ein foto machen wollte oder nicht und ich kann auch monti jetzt an der stelle nicht anklagen weil ich nicht mal mit ihm darüber reden kann das ist nicht meine aufgabe meine aufgabe ist wenn du mir einfluss zusprechen möchtest ist meine aufgabe meinen einfluss zu nutzen wie wie ich das gerne möchte und das tue ich in meinem stream und an der stelle und das sage ich jetzt extra noch mal explizit am ende ich richte nicht über andere menschen weil dadurch habe ich keinen guten einfluss weil auch an der stelle wenn ich das so weiter gebe vermittle ich falsche werte den wert nehme ich mir rauszunehmen über dinge zu reden und zu richten die auf meinem bildschirm passieren und das ändert nichts worüber ich richten kann ist wenn jetzt zum beispiel du hierher kommen würdest zu mir nach hause abends und wir verabreden uns und wir beide unter vier augen am tisch sitzen und über diese situation reden dann ist das mein einfluss hier habe ich gar keinen einfluss darauf und ja dieser einfluss wird mir zugeschrieben aber diesen einfluss möchte ich so an der stelle nicht annehmen und das sage ich ganz klipp und klar und ehrlich ich möchte das nicht weil das für mich eine unfassbar unkomfortable situation ist über solche themen zu reden denn an der stelle bin ich nicht bis bin ich nicht ganz so weit von monta entfernt ich liebe einfache worte und drücke mich auch sehr einfach aus was manchmal zu sehr großen problemen führen im inneren im herzen habe ich wahrscheinlich die richtigen ansichten aber auf der zunge sieht manchmal ein bisschen anders aus und an der stelle werden ganz ganz oft nicht nur für mich sondern auch für andere unkomfortable situationen geschaffen in der man sich zu irgendetwas äußern muss wo dann solche aussagen kommen wie das war wahrscheinlich nur spaß und das wird dir an der stelle zum beispiel dann vorgehalten und hier möchte ich extra noch mal sagen dass das für mich ich will das nicht ich möchte das nicht weil ich bin kein schlecht also ich habe natürlich meine 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 ecken und kanten und ich bin auch nicht immer nett zu meinen zuschauern und das weiß ich selber auch aber ich habe einen kopf den ich anstrengen kann und ich weiß wie ich mich draußen verhalten muss und da wo es wichtig ist über solche themen zu reden mache ich das und es ist nicht wichtig darüber hier zu reden weil hier bin ich dazu da das vorzuleben wie man das macht und ich möchte auch gar nicht und es tut mir leid ja ich will mit dir gar nicht über zehn stunden über solche themen diskutieren weil es am ende des tages ist es a ist es redundant man dreht sich immer im kreis menschen wollen ihre punkte durchbrechen weil wir die gar nicht mal auf augenhöhe sind wir reden nicht auf augenhöhe jetzt reden wir nicht wir haben immer noch eine differenz da und wir können wir können versuchen so viel wie wir wollen auf augenhöhe zu geraten das werden wir niemals erreichen weil wir uns gar nicht mal persönlich kennen und das ist ein problem selbst an der stelle wenn du sagst du als ich habe einfluss auf dich mag das wahrscheinlich gut möglich sein und wahrscheinlich habe ich auch auf zwei drei zuschauern einfluss aber habe ich dadurch jetzt unbedingt guten einfluss wenn ich ihn vermittel dass ich in einem stream im video gucke mit 30 mit 30 sekunden zusammenschnitt von dem video und darüber urteil was da passiert ist nein habe ich nicht lebe ich dadurch menschen vor dass sie sich mit dass sie das von frauen mit frauen nicht machen sollen lebe ich ihnen vor dass die leute dass sie auf der baustelle sind beispielsweise entschuldigung an alle handwerker dass die frauen nicht hinterher pfeifen sollen lebe ich denen das vor nein lebe ich nicht was ändere ich dadurch nix weil ich einfach den ganzen tag nur gequakt habe bla 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 und wenn zwei leute darüber nachdenken habe ich damit tut mir leid nicht wirklich viel erreicht wenn ich rausgehe im IRL stream und ich gehe mit leslie durch die gegend und habe mit leslie einen schönen tag und lebe den leuten vor wie man eventuell freundlich mit der frau umgeht und habe das 600 leuten gezeigt habe ich viel mehr erreicht und zwar viel viel mehr weil das bleibt nämlich bei leuten hängen und das möchte ich vermitteln das was hängen bleibt und nicht das was ich rede und hier ist nämlich das problem und ich maße mir und das möchte ich jetzt extra auch abschließend noch mal sagen ich maße mir nicht an über solche dinge zu urteilen maße ich mir nicht an weil es mich am ende mich geht zwar was an aber ich maße mir das nicht an weil ich stecke nämlich in genau denselben schuhen und ich kann dir sagen es ist nicht geil wenn du irgendwann mal irgendjemand weil du einen satz gesagt hat ans bein pisst anstatt mit dir einen dialog zu suchen wenn du mir jetzt gesagt hättest du desi da ist was vorgefallen kannst du ja mal angucken und kannst du vielleicht mal versuchen ob du auf monte irgendwie ein bisschen einfluss hast und mit ihm vielleicht mal darüber reden könntest das wäre der richtige ansatz gewesen aber menschen in diese in diese position zu drängen dass sie zu irgendetwas sagen müssen finde ich nicht in ordnung denn hier habe ich ja mal einmal an erwähnen dass ich erst in dem du warst nicht überhaupt in den chat geschrieben habe als du gesagt hast das ist halt sein humor also hätte niemals passiert entschuldigung ich habe dich nur genommen weil du hier bist aber so um alles gut jetzt habe ich den punkt vergessen den ich noch bringen wollte an der stelle an der stelle ist es nicht so dass ich meine meinen mein vorbild oder meinen einfluss nicht nutzen möchte und ich möchte das auch nicht von mir weisen aber ich möchte an der stelle und das ist das ist für mich das ganz ganz wichtige ich möchte nicht zu jeder thematik irgendwas sagen und eine position haben das möchte ich gar nicht ich möchte über die dinge die mich bewegen und das habe ich die letzten jahre gelernt die mich bewegen die für mich sehr sehr wichtig sind wozu ich was sagen kann sowas wie zum beispiel rassismus weil ich bin in dem scheiß braunen viertel groß geworden und der npd wählern darüber kann ich was sagen darüber da kann ich werte vermitteln und da kann ich vielleicht darüber reden weil ich genug erlebt habe aber an der stelle zum beispiel das mit dem sexismus und wie frauen sich fühlen kann ich dir ich kann dir tausende aber aber tausende geschichten aus dem club erzählen von vor zehn jahren aber in der heutigen zeit währenddessen damen neben mir sind und in meinem dunstkreis sind passiert ihnen das nicht so das heißt nicht dass ich diese verantwortung von mir wenden möchte aber ich habe kann dir fundiert darüber keine vernünftige meinung geben das einzige was ich sagen kann ist es richtig oder falsch und ich bin aber nicht derjenige der entscheidet ob das richtig oder falsch ist das entscheidet jeder für sich selber und das wird mir aber aufgedrückt zu sagen was ist richtig oder falsch und in der situation zum beispiel die da jetzt steckt kann ich das gar nicht ich kann von ich kann sagen ich finde das nicht cool aber mir wurde zum beispiel nicht alles gegeben und alles gezeigt wie soll ich aber das reicht ja in dem fall schon dass ich möchte noch mal sagen nein hör mir zu das reicht nicht das reicht nicht darüber zu urteilen weil ich nicht alle zusammenhänge kennen nein es hätte zum beispiel von deiner seite aus zu sagen das ist nicht cool nein ist es nicht was machst du denn jetzt in der situation wenn das irgendwer hingeschnipselte und monte hätte nicht mal ein foto gemacht und hätte so getan und es wäre wirklich ironie sarkasmus und spaß gewesen was hättest du dann gemacht denn da hast du nämlich richtig in die scheiße gegriffen und in der situation was soll der daraus einen strick drehen ich will nochmal darauf zurück was ich ganz zu anfang gesagt habe bevor ich hier ins disco gekommen bin waren die letzten worte die ich geschrieben habe das absolut nachvollziehbar finde wenn man so ein thema nicht ausschlachten will wenn man nicht darüber reden möchte weil eben aus genau den gründen und aus all diesen sachen die du gerade aufgezählt das macht das absolut sinn nicht darüber reden zu wollen und das nicht so ausschlagter zu schlachten und darüber eine riesige diskussion zu starten das ist vollkommen in ordnung und wären wir einfach dabei geblieben hätten wir uns dieses ganze gespräch eigentlich höchstwahrscheinlich sparen können ja weil was das angeht sind wir der genau der gleichen meinung richtig so aber einer spricht an alle möchten das und irgendwann hängt man da drin natürlich ist das meine eigene schwäche muss ich zugeben dass ich darauf an eingehe aber ich möchte sowas auch nicht unterbinden wenn jetzt 45 leute darüber reden dann guckt man sich das natürlich auch an so und das ist vielleicht der charakterschwäche oder eine ahnung wie man das nimmt am ende kommt ja doch noch mal ein sehr schönes gespräch aus und das gespräch was wir jetzt gerade geführt haben und wir uns vielleicht noch drei vier mal im kreis gedreht haben das hinterlässt mehr als zu sagen dass es richtig oder falsch und wir haben jetzt zum beispiel nicht über die situation geredet das hinterlässt mehr und jetzt lass dir das mal bitte durch den kopf gehen wir haben gerade nicht über eine situation gerichtet du hast vielleicht die ganze situation gesehen ich nicht aber wir haben nicht darüber gerichtet wir haben uns ja weil ich habe von anfang an gesagt dass mir gar nicht um die situation geht das ist mir eher wir haben ja generell nicht das problem das problem was dahinter steckt geht das ist mehr um um das gesellschaftliche problem geht was du ja auch siehst durchaus auch das sind sehr extreme ansichten die du da hast by the way die vielleicht eventuell noch mal zu einem nächsten gespräch führen weil die sind wirklich sehr sehr crazy also nicht crazy im sinne von crazy crazy sondern sehr sehr verrückt was meinst du jetzt frauen kein problem ist der bildungsgrad zum beispiel der bildungsgrad dass unser bildungsgrad nicht so hoch ist zb da können wir gerne auch mal da können wir gerne in andermann noch mal drüber reden aber ich möchte dann jetzt mal kurz auf toilette ja das da lasse ich dich alleine ja das wäre ganz nett jetzt ich danke dir ja ich danke dir ja wir haben auch ja tschüss gut ja 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 ja